Sie haben Ihr Leben, so wie es jetzt ist, frei gewählt. Egal, welche Motive Sie hatten, Sie haben sich dafür entschieden. Dafür ist dann ein Preis fällig. Aber Sie können all dies auch wieder abwählen. Dafür wäre dann ein anderer Preis zu zahlen, ein materieller oder immaterieller. So lässt sich unsere Wahlfreiheit zusammenfassen. Erstens, Sie können alles tun. Zweitens, alles hat Konsequenzen. Das heißt, Sie können wählen. Es hat allerdings Folgen oder, wie ich in der Einleitung sagte, einen Preis. Das Problem ist nur, die meisten Menschen haben vergessen, dass sie wählen. Sogar täglich wählen. Sie vergessen einfach, dass sie sich für diese Lebenssituation täglich neu entscheiden. Selbst in harmlosesten Fällen. Nehmen Sie als Beispiel dieses Hörbuch. Eine etwas vollmundige Behauptung? Prüfen Sie den Gedanken. Wer sagt, ich kann nicht, der will nicht. Natürlich gibt es auch die kalten Duschen des Lebens. Ereignisse, die nicht im Bereich unserer Kontrolle liegen. Politische, wirtschaftliche, gesundheitliche. In einem erweiterten Sinne. Aber haben Sie auch die Konsequenzen Ihrer Wahl alle mitgewählt. So absurd es zunächst auch klingen mag, wenn ich in einem Erdbeben von der herabstürzenden Zimmerdecke erschlagen werde, so geht dem die Wahl voraus, in überdachten Räumen zu leben. Nur am Rande bemerkt, einige Naturvölker weigern sich deshalb, Häuser zu betreten. Oder die Klage über den erlittenen Verkehrsunfall. So tragisch und traurig das im Einzelfall sein mag, wenn jemand gewählt hat, am Straßenverkehr teilzunehmen, hat er grundsätzlich auch das Risiko mitgewählt, überfahren zu werden. Hierauf gilt es, sich einzustellen. Das unvorhersehbares Eintritt mag nicht Ihre Wahl sein. Wie Sie darauf reagieren? Schon. Wir verfügen über ein ganzes Arsenal vortrefflicher Ausreden, die Wahlfreiheit zu bestreiten. Beispielsweise Sachzwänge, die unser Leben bestimmen. Oder die berühmten Umstände, denen wir uns, ob wir wollen oder nicht, nun mal beugen müssen. Und, und, und. Eine Fülle von Entschuldigungen, um die Wahlfreiheit in Abrede zu stellen. Schauen wir uns die Palette einmal näher an, die ich unter die beiden Überschriften gestellt habe, Mythos der Sachzwänge und Opferstories. Sachzwänge scheinen besonders geeignet, die Freiheit wegzuvernünfteln. Denn wer sich dem Sachzwang beugt, lebt so wie alle leben. Man will ja kein Außenseiter sein. Aber gibt es Sachzwänge wirklich? Meine Antwort? Nein. Es gibt keine Sachzwänge. Es gibt nur Menschenzwänge. Menschen zwingen sich. Vielen ist nur nicht bewusst, dass sie gewählt haben, dass dem eine Wahl vorausgegangen ist. Oder sie wollen es nicht wahrhaben. Praktischer also ist es, sich zu fragen, was kann ich jetzt tun? Was sind meine Handlungsmöglichkeiten? Darum geht es. Handeln statt jammern. Du hast sie aufgenommen. Schauen wirst du dir. Dr. Vielen Dank.